Und natürlich meine Freunde, nicht vergessen, unten der erste Video, Link ist einmal zu den Weppies, da haben wir auch ein Shoot'em Up Food Draft, Discard Battle aufgenommen, um Scream Ultimate Jesus Navas, ja, abchecken, abchecken, abchecken und weiter geht's mit Video. Herzlich Willkommen zurück auf meinen Kanal von GeniaVoke, heute gibt es eine Serie, die nennt sich Shoot'em Up Food Draft, Discard Battle, das kennt ihr, das habt ihr letztes Jahr in FIFA 19 extrem gefeiert. Und jetzt nochmal eine FIFA 20 Edition, wie ihr seht den Spieler, wir haben da einmal Harit P.O.T.M., ich weiß nicht was er gekostet hat, 80, 90, 100k ungefähr und das kann ich natürlich nicht alleine, ich hab mir natürlich meine Compagnon geschnappt, die Weppie sind eigentlich zu zweit, heute ist einer da und er kann sich gerne mal vorstellen. Hallo und herzlich Willkommen und natürlich Servus von unserer Seite mit mir, dem Chris, der Franco ist in der Arbeit, deswegen, wie gesagt, musst du einen Schöner mit mir vorlieb nehmen, aber ihr wisst es ja vom FIFA 19, ich hab mich hart in den FIFA Draft Weltrekord reingepusht, von dem her bin ich ein sehr guter Opponent in dem Bereich, ja. Aha. So Leute, ihr seht's, wir haben Formation 1 bis 5 und da du der Gast bist, darfst du als erstes schießen, welche Formation willst du haben? Die 1 ist oben, die 5 ist unten, ne, ist klar. Dann nehm ich die Nummer 4. Die Nummer 4. Ach du je, alles klar, und ich nehm bei dir die Nummer 2. Oh, ok. Ui, das sieht aber, das sieht geschmeidig aus, El Capitano, darfst du aussuchen. Ähm, oh, ja, da waren 2, 3 nette dabei, ich nehm bei dir die goldene Mitte, die Nummer 3. Ähm, ja, der beste Bruder, ich nehm bei dir die Nummer 2. Ähm, Bruder, der Beste. Geil. Ich seh schon Harit wegfliegen. Also, war kein schlechter, also, war wirklich kein schlechter. Okay, ich würde sagen, ich fange mit einem Stürmer an und du kannst willkürlich und dann würde ich sagen, los geht's, oder? Ja, ich gehe mal im Kreis herum, auf geht's, nächste Position. Genau. Ach du. Ich nehm, ähm, ich könnte, ja, ich nehm bei dir die 4. Alles klar, dann nehm ich bei dir die Nummer 1. Jawohl. Dann würde ich bei dir die Nummer 2 nehmen. Mmh, lecker, 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 ich nehm bei dir die 5. Oh, der ist normal, der ist in Ordnung. Ui, schön, schön. Also, geht's? Ja. Ich nehm bei dir die 2. Okay, wie ist da? Mmh, beim Minus. Dann nehm ich bei dir die Nummer 4. 4. Okay. Ey, also mein Kapitän spielt in einer chinesischen Liga und liegt mit gar keinem Bullshit. nur so mal sagen. So, jetzt komm, nächste Posi. Ui, nice, nice. Dann nehme ich bei dir die Nummer 5. Lecker. Ich nehme bei dir die 1. Erster Perfect Link, mein Freund. Ich habe nicht einen gelinkt. Ich habe nicht einen gelinkt. Ich nehme bei dir die 3. Ja, kleinen Moment. Ich habe so ein bisschen gestruggelt. Ja, aber vermeintlich der zweitschlechterste. Dann nehme ich bei dir, komm, auch die Nummer 3. Wenn er bei mir scheiße war, muss er bei dir auch scheiße sein. Ah, okay. Also, meine Inditution. Sprachen lernen, Bubble. Bubble. Mein Gespür hat mich quasi nicht verlassen. Pass auf, ich nehme die Nummer 4. Das nächste Mal bei dir. Ja, erster Link. Jawohl, Brudi. Ich nehme bei dir die Nummer 5. Ja, geht auch klar. Soweit. Komm, ein bisschen rumbasteln. Läuft der Hase. Und dann nehme ich wieder die 5. Boah, der ist ja... Okay, arabische Liga. Ja, jetzt ein Glückwunsch. Erster, also... Bruder, da muss ich mal die 10 los. Dann nehme ich bei dir die Nummer 1. 1? Ja. Alter. Das ist nicht wahr, ey. Ganz gleich fortfahren mit der Kacke. Da ist ein Icon drin, da ist ein Icon drin. Da ist ein Icon drin. Die Icon sitzen meistens... Meistens, ähm... Auf der 1. Auf der 1? Ehrlich? Ja. Willst du wirklich die 1? Ja, ich bin die 1. Sind sie sich ziemlich sicher? Ich bin mir sehr sicher. Okay, alles klar. Hahahaha. Bei dir nehme ich die 4. Oh, habe ich schon angewählt gehabt. Perfekt. Oh, super. Habe ich mal kurz wahrscheinlich 2 Stronglings drin, aber läuft. Ja, läuft. Also ich habe echt Scheiße. Du hast jetzt noch 2 Positionen offen. Nur mal kurz eine Zwischenfrage, oder? Ja, ja, genau. 2 Positionen ist gerade bei mir schon auf. Sehr gut. Also die 2. Position mache ich jetzt auch auf. Und du musst, glaube ich, anfangen, oder? Ja, ich nehme die 3. Oh, du hast halt 4 gesagt, Bruder. Ja, ich wollte zuerst 4 sagen. Aber ich habe noch... Boah, hätte ich einfach mal wieder ein Strongling am Start. Kommt das nochmal... Boah, war nicht schlecht. Dann nehme ich bei dir nochmal die Nummer 1, come on. Nochmal die 1. Ey, ich schweiße, du hast eine Kamera hier installiert. Ich habe einen Link. Ich habe einen Link. Und das ist der Z2M zum Stürmer. Das war's. So, letzte Position. Da darfst du machen. Komm, letzte Position. Ja, aber ich habe noch keine Ikone. Oder... Oh, oh, oh Gott, Alter. Also jetzt habe ich 2 Ikonen am Start, Bruder. Ui, okay. Komm, da du darfst zuerst schießen. Dann schieße ich bei dir. Du, letztes Gold, bitte. Auf geht's. Das ist nicht dein Ding. Ich nehme bei dir die 1. Ist auf jeden Fall die schlecht geretteste Karte, aber ein Ikönchen-Zitrönchen beim Frost. Das gibt es doch nicht. So, jetzt sind wir ja soweit durch. Ikönchen-Zitrönchen, das habe ich auch noch nie gehört. Ja. So, jetzt auf Dreieck, Team vervollständigen. Bist du oder sollen wir miteinander? Ja, wir machen miteinander. Ich bin jetzt auf Ja. Also, ne? Ich muss auf Ja klicken. Du musst Dreieck drücken und dann kommt noch ein neues Fenster auf. Natürlich. Ist am Start. Okay. Dann 3, 2, 1. Bitte. Bitte. Come on, Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Also, Gott sei Dank habe ich schon eine gute Basis-Familie. Weil ansonsten, ja, schauen wir mal. Okay, dann würde ich sagen, Jungs, das wird jetzt alles im Schnelldurchlauf sein und wir sehen uns dann bei dem vervollständigsten Tee. Du weißt Bescheid. Bis gleich. Geht aus und machen wir das. Geht aus und machen wir das. So, meine Freunde. Ja, ich hatte ein kleines bisschen Probleme mit meiner Playstation. Die hatte keine Lust gerade auf Arbeit. Und so sieht mein Team aus. Ihr seht das von Chris drüben, wie sein Team aussieht. Er hat natürlich zwei Icons, wie ich jetzt rausgehört habe. Ne, ich habe dir das zwei Icons geschossen, oder? Eine. Eine. Ich hatte mal in einer Wahl zwei Icons. Ach, so war das. So war das, okay. Ja, so eine Icon ist Gold wert in diesem Format. Und ich würde sagen, wir machen auf drei, zwei, eins und Tränen, aber willst du runterzählen? Ähm, können wir machen. Okay, machen wir. Also, würdest du mir eigentlich die Formation dann nennen oder machen wir das dann zum Schluss? Das machen wir alles zum Schluss. Okay, alles klar. Also dann, drei, zwei, eins. Trainer! Ach, du Kacke. Ein Chemie, ein Chemie, ein Chemie. Zwei wären dabei, die wären richtig krass. Also, bei mir bringt noch einer was. Also, ich nehme bei dir die zwei. War alles klar, Bruder. Bringt zumindest zwei Chemie, ist aber nicht schlecht. Und ich nehme bei dir die Nummer fünf, mein Lieber. Och, das ist der beste Trainer, danke. Okay. So, jetzt kommt der entscheidende Bildschirm. Der entscheidende Bildschirm. Also, bei mir war es übrigens krasse, krasse Aufschwung. Drei, vier, drei flach hast du mir reingewählt. Ich habe irgendeine Fünferkette. Sehr, sehr geil. Ich habe eine Fünferkette. Ist natürlich sehr unabhängig. Und nur mit Z-Amps, ne? Ist klar. So, dann würde ich sagen, was hast du denn als Stürmer unten links stehen? Da hast du mir meinen Kapitän reingewählt, das war Messi. Ja, also Stürmer hast du dann praktisch, ne, das Rating bitte, unten. Das Rating, also Stürmer. Ach so, 87. Ich habe 88. Mittelfeld? Mittelfeld habe ich 84. Ich habe 87. Verteidiger? 84. Ich auch. Okay. Team Chemie, wie viel? Das wäre natürlich jetzt eine harte Nuss für dich. Ich habe Team Chemie 98. Puh. Ich habe 79. Also das bedeutet, das bedeutet, ich muss mindestens ein 95er Rating haben. Oder am besten ein 120er Rating. Ja. Ja, was hast du denn für ein Rating? Ich habe Rating 86. Ja. Und Draft, wie viel? Insgesamt 184. Ich habe 166. Ach ja, ich bin 18er und Punkte Unterschied. Aber man muss echt sagen, hey, rechter Flügel, Messi, dann sofort mit Suarez Perfect Link reingehauen und dann mit zwei Perfect Links aufgefüllt. Da habe ich mir gedacht, du, boah, das ist mal ein Anfang. Ja, also Harit 86er. Ja. Also ich würde mal sagen, ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen. Also sieben Spiele, drei Tore, zwei Vorlagen, zwei gelbe. Lässt sich eigentlich nicht schlecht spielen, aber mach's gut, mein Freund. Tschüss. Und weg ist er. Ciao, Harit. Okay, tschüss. Ja, meine Freunde, das war's. Wie gesagt, mit blauem Auge davon gekommen. Ein Harit, ein ca. 80, 90 K-Spieler. Tut schon ein bisschen weh. POTM, das bedeutet, ich bekomme den nie wieder. Nicht vergessen, unten der erste Link in der Videobeschreibung, bei den Reppis das Video abchecken. Haben wir mit Scream Navas gemacht. Und ja, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liken, abonnieren, nicht vergessen rüberzugehen, zu massakrieren. Und ja, du darfst gerne sagen, was du wolltest. Haha, ich darf gerne sagen, was ich wolle. Also ich sage natürlich herzlichen Dank für die Einladung. Es war auf jeden Fall ein absolut geiles Format, was natürlich ziemlich knackig geht und wirklich sehr, sehr witzig sie entwickelt während des Aufnehmens. Und natürlich jeder, der bei uns in unserer Reppis Crew da ist, eskaliert beim Scream Navas aber komplett. Eskalieren, penetrieren, schampoonieren, das komplette Programm. Und natürlich Däumchen da lassen, und wenn noch nicht Abonnent von Mr. Scream Navas ist, bitte einmal draufdrücken. Deshalb vielen Dank nochmal für die Einladung und ich verabschiede mich. Danke, mach's gut, ciao. Musik Musik Untertitelung. BR 2018